Hallo, da sind wir wieder bei GestürztenTV und ja, wir sind hier in der Leere und ich kann hier rumlaufen. Ich weiß nur nicht wohin, also hier links waren wir schon, da haben wir den einen Boss schon besiegt. Wenn ich da jetzt weiter hingehe, passiert... Ah, warte mal, da ist ein Pfeil nach links raus, kann ich in die Mitte gehen? Nein, ich gehe mal ein bisschen nach oben und schaue mal, ob da irgendwo noch... Da ist auch ein Pfeil. Ich laufe einfach mal nach oben. Genau, da war das, da war das. Oh, verdammt. Okay. Wir laufen mal nach links, weil oben leuchtet noch nichts. Der Nordhimmel. Ich, Brasil. Oh Mann, das Spiel, das schaut so schön aus. Und das hier sieht aus wie Raketenabschussrampen. Oh, was passiert da? Aha. Ah, da links haben wir dieses Muster, das wir da versuchen sollen, irgendwie nachzumachen, glaube ich. So, und jetzt hier noch. Ah, tatsächlich. Ratatataskr. Ratataskr. Der Eichhörnchen-Boote. Ein bisschen niedlich. So, was gibt's hier? Fliegende Steine. Ein Portal. Fantastisch. Da unten geht's nicht weiter, okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass es irgendwie anfängt zu leuchten, wenn wir da durchgehen sollen, aber irgendwie... Was ist das hier? Hm. Nee. Ich bin doch bei Rätseln ganz schlecht. Warum kommt jetzt sowas? Ich kann das... Oh, ah. Ah, ich dachte, das wäre eine Hintergrund-Grafik gewesen. Okay. So, hier sind wir wieder. Und da haben wir wieder ein schönes Muster. Ich muss noch warten, bis die Kamera ganz rausgesumt hat. Hm. Hm. Dann können wir das da... Ich gehe gerade mit meinen Augen diesen Dingern hinterher und suche nach einer passenden Kombination hier, wie das ausschauen könnte. So, wenn ich das jetzt so mache... So machen wir... Oh. Haben wir schon ganz viele falsche aktiviert? Okay. Dann kommt das hier. Dann haben wir... Hä? Aber warum stimmt der Rest nicht? Das ist doch alles in Ordnung. Warum stimmt die da unten nicht? Die müssen doch... Ich laufe jetzt mal nicht durch die Finger hier durch. Hä? Nein, nein, nein. Das hier soll doch gar nicht. Weg. Das hier soll dann vielleicht hier mit verbunden werden. Ah, jetzt hat... Aus sieben Sternen? Ich... will jetzt mal nicht in die Blitze reinlaufen. Sie würden mich schon interessieren, was da passiert. Aber ich glaube, das ist ungesund. Wenn wir da reinlaufen. Ich laufe mal ein bisschen auch nach links, um zu schauen, was da ist. Oh. Aha. Cool. Cool. Okay, was haben wir denn da? Eins für ein Schömmisförmchen. Das könnten wir eventuell hier eins. Dann könnten wir hier das hier machen. Hoffentlich verbinde ich die Sicht und wissen, wie das passt. Das hier. Das hier. Genau. Geht weg, ihr Blitze. Sehr doof. So, dann machen wir noch das hier schnell. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Und das. Fertig. Okay, ich denke mal, wenn die Kamera nicht rauszoomt, dann kann das gar nicht so weit ein Stern sein. Ich kenne mich leider in dieser nordischen Mythologie viel zu wenig aus, als dass ich euch was erzählen könnte. Okay. 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 cool aber wir sollen doch man hat sich mal schauen wo wir lang sollen okay also die figur werden wir jetzt auch nicht zerschmettern ich glaube dass das soll so nicht sein es wäre komisch eine eine gute statur zuzuschmettern ist das kann man nicht machen es geht nicht ja ich glaube jetzt einfach mal zum tor zurück aus der hoffnung dass wir dann da irgendwas machen können ich bin so fasziniert von dem von dem spiel ehrlich gesagt die bilder die sind gigantisch also furchtbar schön und wir werden jetzt hier ach genau wir haben hier links alle gefunden fehlt uns nur noch rechts wo die schon noch wesentlich komplexer aus der rechts ist das richtige weg ich bezweifle ist oder nein nein das ist nicht der richtige weg oder wir müssen doch jetzt hier oben immer lang nein da geht es nicht aber oben rechts ist eine große gewitterwolke vielleicht müssen wir doch einmal ein bisschen was aha wo bin ich da oben bei tor waren wir schon jetzt gehen wir runter wieder auf die mittlere und gehen dann nach rechts rüber so da wird es wieder stürmisch die lehre in ungar gab geht es da oben vielleicht lang ich glaube da sollen wir gar nicht lang habe ich so das gefühl oder interessant nein wir sind nicht richtig aber vielleicht auf der rechten seite wisst ihr was wir müssen hier nach links nehme ich an und ja ich ja die folge ist jetzt relativ kurz aber ich denke entschuldigung dass wir uns das in der nächsten folge anschauen werden wo wir lang laufen müssen bis dahin viel spaß wenn es euch gefallen hat liked und subscribed und genau wir werden uns den ort in der nächsten folge näher anschauen tschau